Hi, in den nächsten Minuten geht es um das Thema Mehrwert-Nutzen-Argumentation und wir wollen dich unterstützen, deine Mehrwerte bestmöglichst an den Kunden zu kommunizieren, sodass er gar nicht anders kann, außer mit euch zusammenzuarbeiten. Viel Spaß dabei! Hallo, in den letzten zwei Videos hatten wir das Thema Inbound und Outbound mit der Überschrift Preisverhandlung und in beiden Themen stark verankert ist das Thema Mehrwert. Früher hat man dazu gesagt, die Nutzen-Argumentation, also was nutzt dem Kunden mein Produkt, mein Service, meine Dienstleistung, die Zusammenarbeit mit meiner Firma. Und leider vergisst man es oft zu sagen, weil man einfach selber davon ausgeht, der Kunde spürt das, der Kunde weiß, dass der Kunde hat ja auf der Homepage recherchiert. Das ist so nicht. So, was ist ein Mehrwert? Ein Mehrwert ist zu sagen, warum macht es Sinn, mit mir und nicht mit der Firma A, nicht mit den Konkurrenten B zusammenzuarbeiten. Der große USP ist aber immer das Gesamtpaket. Es gibt wenige Firmen, die exakt das Gesamtpaket bieten, so wie ihr es bietet. Das heißt, den Kunden müssen wir eine Brücke bauen, zu sagen, warum solltest du zukünftig mehr Geld mit mir machen, warum solltest du generell mit mir zusammenarbeiten. Wenn wir das sauber gemacht haben, ist automatisch eine Kausalität daraus, dass wir weniger Preise verhandeln müssen, weniger diskutieren müssen. Der Kunde weiß, okay, das ist kein günstiger Anbieter aus Nahost, sondern ein qualitativer Anbieter mit x Mehrwerten. Jetzt prüft mal kritisch auf eurer Homepage, habe ich so Floskeln dastehen wie, wir sind ein Familienunternehmen, uns gibt es seit 100 Jahren. Das sind nämlich Floskeln, die jeder benutzt und die der Kunde für gewöhnlich bei euch auf der Homepage oder auch in eurer vertrieblichen Aussage gar nicht versteht. Warum? Weil auf eurer Homepage zwei bis drei bis vier bis fünf Minuten maximal auf eurer Homepage. Und da braucht der Kunde eure Unterstützung, natürlich auch vor Ort, im Vertrieb, im Pitch, so oder so. Und zwar müsst ihr dem Kunden sagen, warum ist es für dich eine wichtige Information, dass wir zum Beispiel ein Familienunternehmen sind. Wichtig ist für mich aber, wenn ihr ein Familienunternehmen seid und dahinter Werte stehen. Also ich sage zum Beispiel, die Familie Jäger steht hinter diesem Unternehmen und die Familie Jäger hat folgende Werte. Ehrlichkeit, Transparenz, XYZ und dann weiß ich, okay, da gibt es einen Wertekanon, da fühle ich mich als Mensch angesprochen. Oder zum Beispiel, dass ich sage, okay, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Reklamation habe, kann ich direkt zum Herrn Jäger kommen, weil das ist sein Unternehmen und dann sehe ich ein Bild und das ist für mich derjenige, der für mich am Ende immer alle Probleme lösen kann. Anderes Beispiel, was man sehr häufig liest, uns gibt es seit 150 Jahren, seit 200 Jahren, wie auch immer. Die Information bringt mir auch nichts. Was interessiert mich, ob es dich seit 10, seit 3 oder seit 5 Minuten oder seit 24 Jahren gibt. Aber mich interessiert, was dahinter steht, nämlich dahinter steht, dass du extrem viele kritische wirtschaftliche Phasen mitgemacht hast. Oder dass du mal ein Ein-Mann-Unternehmen warst und jetzt hast du durch deine gute Politik, durch gute Qualität immer mehr Mitarbeiter aufgebaut. Der Mehrwert dahinter, also das ist jetzt nur eine Story, der Mehrwert dahinter ist ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Umfeld bin, wo mir Kunden Vorschüsse geben. Dass ich sage, pass auf, du gibst mir für eine Maschine eine Million Vorschuss, die Maschine kostet 10 Millionen und der Kunde gibt mir die viel lieber, wenn er weiß, mich gibt es seit 100 Jahren, weil er weiß, ich wirtschafte gut und ich gehe morgen nicht pleite und seine Millionen fließt in meine Insolvenzmasse. Insolvenzmasse, Entschuldigung. Das heißt, versucht wirklich herauszukristallisieren, warum ist das, was ich dem Kunden sage, eine wichtige Information. Und stellt euch dann immer die Frage, what's in it for me? Wenn ihr eine Aussage trefft, wenn ihr eine PowerPoint erstellt, stellt euch selber kritisch die Frage oder lasst euch die Frage kritisch stellen, what's in it for me? Das heißt, der Kunde nimmt die Position ein und stellt ganz blöd die Frage, warum? Warum interessiert mich das? Was ist für mich drin? What's in it for me? Viele von euch werden dann schon merken, wir sind ein Familienunternehmen, what's in it for me? So, und dann kommen wir von Step zu Step, bis wir irgendwann mal am Granulat des Mehrwertes sind und diese Aussage nehmt ihr zukünftig in eure Kundenaussagen mit, beziehungsweise auf eure PowerPoints oder auf eure Homepages, in eure Posts, in eure, in euren Content. Weil ganz wichtig für euren Kunden ist, warum sollte ich denn da kaufen, nicht woanders? Arbeitet für euren Kunden das Granulat heraus oder das Extrakt heraus und sagt ihm das auch, damit er selber sehr, sehr schnell versteht, warum lohnt es sich gerade mit euch zu sprechen. Für diejenigen, die das Thema besonders interessiert, wir haben jetzt eine Sonderaktion für 349 Euro, wo wir uns einen halben Tag mit euch gemeinsam hinsetzen, eure Attribute analysieren, eure Eigenschaften analysieren und dann tatsächlich individuell in die Mehrwertkommunikation gehen, euch hier ein Pamphlet mit an die Hand geben, womit eure Salesmans und Womens da draußen wirklich die Mehrwerte an den Kunden herantragen können und womit dann weniger Preisverhandlungen kommen und ganz ehrlich, jeder Vertriebler, der wirkliche Mehrwerte in der Hosentasche hat, fühlt sich einfach auch besser beim Kunden. Du sagst, ich fühle mich irgendwie ein bisschen unsicher in der Argumentation, gib das gerne deinem Chef mit. Wenn du selber Geschäftsführer bist und sagst, irgendwie verstehen die Kunden nicht, warum wir ein bisschen teurer sind, dann liegt das sehr wahrscheinlich auch an den Mehrwerten. Meld dich gern bei uns, die Aktion ist zeitlich limitiert, 349 Euro für einen halben Tag gemeinsame Arbeit und hier geben wir dir direkt richtig viel Power mit an die Hand. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank.